Hi! Schön, dass ihr euch eingeschaut habt zu diesem Video. Heute haben wir jetzt gerade so besonderes vor, das habt ihr schon überall gesehen. Zwei dumme Ein-Gedanke. Es wird einen Begriff gesagt. Den muss man dann umdenken. Es gibt zwei Teams. Ich und Karol gegen die Mädchen. Und auf allen vier Kanälen ist heute ein Video hochgegangen. Also ich war bis zum Ende und habe sie die verlinkt. Und los geht's. Let's go! Schulfach. Oh. Eins, zwei, drei. Mathe. Oh, ich wollte Kunst. Das sieht echt scheiße aus im Hintergrund. Das ist dein Video. Das ist mir so egal. Schuhgröße. Eins, zwei, drei. 44. Ja! Wir haben die gleiche Schuhgröße. Haarfarbe. Blind. Hauptstadt. Nicht gucken. Drei, zwei, eins. Berlin. Es gibt nur eine Hauptstadt in Deutschland. War das jetzt 2-1? Ganz viel klar. Wuhuuu. Warnhaben. Das klingelt. Schauspieler. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Pilius & Barek. Sag doch mal. Ja, ja, ja. Film. Okay. Warte mal, warte, warte. Drei, zwei, eins. Kartoffelsalat. Ja! 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 Das geht doch. Musikrichtung. Oh. Oh, sorry. Fuck. Drei, zwei, eins. Rap. Uuuu. Züge bei der Maschine an. Frucht. Warte, warte. Eins, zwei, drei. Apfel. Ist ja langweilig. Nein, wir sind einfach nur gut. Schlechtester YouTuber aktuell. Oh, geil. Das ist cool. Das ist nicht einfach. Ist einfach. Komm. Drei, zwei, eins. Tanz war gut. Ich hab auch gesagt. Ich hab auch gedacht, sie sagen Seto Talk. Ich hab auch gedacht, sie sagen Seto Talk. Ja, ich dachte auch, dass sie... No joke. Aber deshalb, weil sie nicht Seto Talk gesagt hat. Jetzt mal einen Daumen nach oben. An dieser Stelle können wir ganz kurz die Instagram-Gang einblenden. Das sind drei Leute von euch, die mir auf Instagram folgen und mega aktiv sind. Das heißt, wenn ihr im nächsten Video vielleicht bei der Instagram-Gang dabei sein wollt, dann abonniert einfach auf Instagram. Machen wir weiter. YouTuber mit mehr als eine Million Abos. Bitte denken. Bitte denken. Ja, ich denke, wie du denkst. Drei, zwei, eins. Freaky Kass. Ja. 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 Ich wollte alles sagen, aber nicht Freaky Kass. Wir haben 100 Euro. Wir haben mit gewonnen. Wir haben sechs. Ihr habt zwei oder so. Nein, sechs, drei. So Leute. Das war der Sieg für uns. Und die Mädels wissen ja natürlich schon, was ihre beste Apo. Den Push einfach mit. Ja, stimmt. Ich muss da ganz kurz sehr komment... Ne, sag mal kommerziell. Ja. Ich muss da ganz kurz sehr kommentiell denken. Aber damit ihr auch noch Spaß dran habt. Sagen wir diesen Push auf Instagram. Müssen sie singen, okay? Dann ist es wenigstens... Oh. Feinlich. Ja. Die sieht anders gut aus. Anders. Komm. Ja. Hey, ich bin's Yessi. Und wenn ihr mich noch nicht kennt. Ich bin die... Die Challenge von Prent. Es hängt ganz gut an. Aber dann... Aber dann... Müssten wir sagen, dass Carol und Zett und die Besten sind. Das war's mit dem Video. Danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Die Links zu ihren Videos sind in der Videobeschreibung. Und danke auch an jedes, die die Fragen gestellt hat. Hier links zu ihrem Instagram. Und ganz wichtig, ganz wichtig ist es... Ganz wichtig... Vergesst nicht mich auf Instagram zu abonnieren. Ich gehe gerade mit Carol. Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen da. Haut rein.